Die Schaufer war hier schon mal gewonnen, stand schon mal im Finale auch zusätzlich, zwei Matchbälle abgewählt in der zweiten Runde. Und man hätte nicht tapfer heute spielen können gegen Sweeney Williams. Ja, da hat er schon recht. Also da war schon wirklich Mumm und mentale Stärke zu beobachten. Und Anna Bischof heißt dieses Mädchen, das hier ausgewählt wurde, um den Scheck und die Schale zu überreichen. Das Gefühl kennt sie, dem Finale zu Wiener Williams unterlegen zu sein. Glückwunsch an Serena, die die Geschichte geschrieben hat. Es ist eine Ehre gegen dich zu stillen. Ich habe schon lange nicht mehr gewonnen gegen dich. Und man muss sagen, sie ist einfach die Beste. Und das schon seit Jahren. Ich habe also gegen die Beste verloren. Und deswegen Glückwunsch auch nochmal an Serena Williams. Lange Wochen hier für mich. Ich war schon fast ausgeschieden in der zweiten Runde. Das war sowas wie ein zweites Leben für mich. Ich war nicht gut genug heute. Aber ich habe echt alles gegeben. Ich habe gut dagegen gehalten. Ich bin stolz auf meine Leistung. Und einige der schönsten Erinnerungen meiner Karriere beziehen sich hier auf die Rot-Lave Arena. Aber auch einige meiner schlimmsten Niederlagen. Aber das ist das Leben eines Tennis-Profis. Ich danke an das Team, die Jerome Bianchi im Hintergrund vorne ist. Wenn Grüne fällt, daneben die die Kindelmann. Ich danke an alle, die dieses Turnier zu organisieren geholfen haben. Craig Tiley. Sie hat ihn noch gesucht. Einer der besten Turnierdirektor, den sie kennt. Glückwunsch schon mal an Craig Tiley. Mit dem Turnier sind sie wirklich alle zufrieden. Auch die Qualifikanten, die Doppelspieler. Alle werden sie gleich behandelt. Zuletzt der Dank an die Fans. Wir kommen von überall her. Danke, dass ihr uns Tennis-Spieler so unterstützt.